Hey, mein Name ist Nana, Lifestyler Domena. Ich habe heute wieder die große Ehre, eine fantastische Ansage machen zu dürfen für das Business-Themen-Connect-and-Celebrate-Event mit dem Motto und dem Special Tanz in den Mai. Die meisten gehen alle feiern, sinnlos feiern und werden morgens besoffen wach und man denkt sich so, boah, scheiße, schon wieder einfach den Tag doof gestartet. Ich möchte mit diesem Event Menschen zusammenbringen, die einfach Lust haben, mal anders in dem Mai, in dem Frühling zu starten, nämlich Gutes tun und darüber zu sprechen. Ich möchte meine Kontakte mit euch teilen und deswegen kannst du, wenn du mir eine E-Mail schickst, kannst du einfach einen Ticket-Link bekommen für das Event, was nur begrenzt Plätze annimmt. Weil ich möchte die Menschen kennen, die ich vernetze. Einfach etwas anderes, wie die anderen machen, das ist mein Motto. Also, wenn du Bock hast, am 30.4. dabei zu sein, Business-Themen-Connect-and-Celebrate mit dem Special Tanz in den Mai. Das erste Motto-Event von Business-Themen, dann hast du auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen. Ansonsten euch alles Gute, Frühlingsgrüße hier direkt vom Dom.